Giftiger Weichmacher im Urin. Umweltbundesamt ratlos. Das Ganze ist ausgesprochen seltsam, denn dieser Stoff ist in der EU seit 2013 zum größten Teil verboten. Er dürfte also gar nicht zu finden sein, zumindest nicht in dieser Höhe. Und auffällig ist das Ganze, dass in den untersuchten Proben vor der Pandemie, also 2017 und 2018, dieser Stoff in sehr geringen Mengen gefunden wurde. Jo, was geht ab, meine Lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Giftiger Weichmacher im Urin. Umweltbundesamt ratlos. Das ist ein Video von einem Doktor, und zwar der Dr. Selts. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit. Er erzählt auch ein bisschen darüber, was die Pandemie oder eventuell sogar die Impfung da für einen Einfluss drauf hatte. Und deswegen gehen wir da rein ins Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Ab geht der Peter. Let's go. Giftige Weichmacher bei Kindern. Das Umweltbundesamt ist ratlos. Ja, das Bundesumweltamt hat aktuell im Urin vieler Menschen, vor allem bei Kindern, einen gefährlichen Weichmacher entdeckt. Das Ganze ist ausgesprochen seltsam, denn dieser Stoff ist in der EU seit 2013 zum größten Teil verboten. Er dürfte also gar nicht zu finden sein, zumindest nicht in dieser Höhe. Und auffällig ist das Ganze, dass in den untersuchten Proben vor der Pandemie, also 2017 und 2018, dieser Stoff in sehr geringen Mengen gefunden wurde. Das ist auch nicht das erste Thema, das seit der Pandemie gesundheitstechnisch in der Bevölkerung auf einmal oft auftritt. Und das ist eine Sache, wo ich ganz klar sagen muss, ich war mir dessen bewusst. Ich schwöre dir, ich habe gemerkt und gefühlt, dass diese Pandemie die Maßnahmen und auch die Impfung noch langfristig Nachwirkungen haben wird. Ich habe gemerkt, dass das nichts Gutes ist und ich war nicht überzeugt davon. Und deswegen habe ich mich und meine Familie nicht impfen lassen. Und da bin ich auch echt froh drüber. Und ja, wir gucken jetzt mal ins Video rein, was das hier auf sich haben könnte. Ich finde es ein sehr interessantes Thema und ich finde es auch wichtig, diese Dinge anzusprechen und darüber auch noch zu reden und darauf aufmerksam zu machen, weil sich im Endeffekt für diese ganzen Sachen, die im Nachhinein passiert sind, niemand gerade gemacht hat. Auch nicht für die ganzen Unternehmen, die pleite gegangen sind, weil sie zumachen mussten. Die ganzen kleinen Unternehmer und die ganzen Leute, die ihre Jobs verloren haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten und so. Null Prozent Aufarbeitung in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien. Und deswegen müssen wenigstens wir das tun. Auch wenn wir nicht die größte Reichweite haben, wenigstens haben wir eine Reichweite und können diese Reichweite für diese Themen nutzen. Und da bin ich froh drüber. Und 2020 und 2021, während der Pandemie, wurden plötzlich dieser Stoff in 61% der Fälle mehr nachgewiesen. Ach du Scheiße. Problem größeren Ausmaß, sagt man nun, und das ist eine richtige Detektivgeschichte so, eine Wissenschaftlerin des Umweltbundesamtes, die Herkunft des Weichmachers ist im Prinzip überhaupt nicht bekannt. In diesem Video sprechen wir also über diesen gefährlichen Stoff, über diesen Weichmacher, über die eventuellen Ursachen dieses Phänomens und was man tun kann, damit man den Stoff wieder entgiften kann. Und dabei stelle ich Ihnen mein ganz persönliches... Was ist ein Weichmacher? ...bei Helden Lieblingsmolekül vor, das auch hier wieder einen hervorragenden Job macht. Erstmal klären wir die interessante Frage, wie ist man in diesem Umstand eigentlich auf die Schliche gekommen und wieso interessiere ich mich persönlich ganz im Detail dafür. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Arzt auch noch ehrenamtlich tätig bei der Feuerwehr. Ich berate dort die Feuerwehreinsatzleitung als sogenannter Fachberater AB. Guter Mann, Digga. Ist auch sympathisch, ne? ...für atomare, biologische und chemische Ereignisse. Und deswegen bin ich auch an dieser... Auch eine Sache, wo ich mal ganz kurz drauf eingehen möchte. So YouTube und die ganze Entwicklung mit Social Media hat auch sehr viele gute Seiten, finde ich, ne? Dass wir uns hier ein Video von einem Doktor reinziehen können, der jetzt hier irgendwie aufklärt bezüglich Weichmacher und im Urin und so. Das ist schon eine geile Sache. Also man kann diese ganze Social Media Sache und YouTube, TikTok, diese ganzen Sachen, die es gibt heutzutage wirklich auch für Informationsgewinnungsquelle nutzen und wirklich intelligenter werden, Dinge lernen und sich weiterbilden. Das ist schon eine geile Sache, Digga. Fühle ich. ...Meldung hier kleben geblieben, nämlich das Bundesumweltamt. Die machen gerade eine deutschlandweite Studie im Prinzip. Sie erheben aktuelle Daten zur Umweltbelastung der Bevölkerung. Und dabei hat man eben diese Rückstände dieses gefährlichen Weichmachers entdeckt. Dieser Weichmacher heißt D. N. Hexylphtalat. Und der ist... D. N. Hexylphtalat. Was ist das denn? Phtalat. ...gesagt schon seit 2013 verboten in der EU, weil er als fortpflanzungsschädigend gilt wird. ...fortpflanzungsschädigend. ...gleich im Detail nochmal drauf. Die wollen ja auch nicht mehr so viele Menschen auf dem Planet haben, oder? Laut Klaus, Juval und auch vielen anderen Leuten. ...nein. Das heißt, er ist raus aus Lebensmittelverpackungen. Die Eugenikas. ...in Spielzeug verwendet werden. Er ist auch dafür... ...weichmacher senkt den Testosteron erheblich. Stabile Männer wollen sie auch nicht haben, so viele. ...macht Sinn. ...ein der Methik beispielsweise nicht mehr verwendet werden. Und diese Substanz... ...will auch der Maniak. ...man jetzt aber wieder entdeckt. Und zwar hat das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen eben auch Schadstoffuntersuchungen gemacht. Und die untersuchen rückwirkend immer Urin von Kindern, ob der Schadstoff belastet ist. Und dort haben eben diese Untersuchungsergebnisse jetzt diesen starken Kontrast eben gezeigt. Und das Umweltbundesamt sagt, wir sind ratlos, wir haben keine sofortige Erklärung dafür. Dieses Phänomen dürfte überhaupt nicht da sein. Und das hat jetzt sehr, sehr große Wellen gesch... Crazy. ...das wird jetzt EU-weit bespielt und EU-weit wird jetzt hier nach den Ursachen geforscht. Was könnte jetzt also die Ursache sein? Die Ursache könnte natürlich importierte Ware sein. Denn innerhalb der EU ist dieser Stoff ja verboten. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein verbotener Stoff von der Industrie in diesem... Aber warum erst seit der Pandemie, Bro? ...Stil verwendet wird. Das ist eine richtig große Detektivangelegenheit hier. Und während der Pandemie haben wir natürlich Dinge importiert, die... Ach, wie konnte das denn noch passieren, sagt Deus. ...nicht in diesem großen Stil ungefiltert durchlassen durch die Grenze. Aber bevor wir nochmals überlegen, woher der Stoff kommen könnte, sehen wir uns erstmal die Weichmacher genau an, was sie denn eigentlich für Schäden setzen. Was ist eigentlich ein Weichmacher? Ein Weichmacher verhindert, dass Plastik bricht. Also wenn Sie irgendwie ein Kabel haben und das Kabel ist ummantelt mit dem Plastik, so wie es halt bei jedem Stromkabel üblich ist, dann ist ein Weichmacher dafür verantwortlich, dass das Kabel nicht einfach splittert oder diese Ummantelung. Ah, okay. Wenn Sie das Kabel bewegen oder beispielsweise Plastikflaschen... Wahrscheinlich auch über... Ja, wollte ich gerade sagen, Plastikflaschen und so, ne? Ich habe hier weichmacherfreie Plastikflaschen. Weichmacherfreie Plastikflaschen, okay. Aber es gibt eben die Plastikflaschen, die Sie so zerknüllen können. Die billigen Wasserflaschen beispielsweise. Ah, diese weichmacherfreien Plastikflaschen sind diese harten, die man nicht so richtig formen kann. Interessant, Digga. Wir lernen hier, mein Lieben, Freude. Hast du mal wieder eine... Feier ich, fühle ich, hat mich geprägt jetzt schon. ...Leren Orancata. Das ist eben weichmacherhaltig und die Gesetzgebung ist hier ziemlich streng. Das heißt, wir haben eigentlich keine giftigen Weichmacher drinnen, wie wir es schon vor Jahrzehnten hatten. Ich glaube, das sieht hier in Mexiko auch noch anders aus. Außerdem sind Weichmacher immer noch ein viel, viel verwendeter Stoff. Ohne Weichmacher ging in unserem Leben gar nichts. Über 5 Millionen Tonnen Phthalate jährlich werden... Phthalate? ...produziert und die meisten... BASF, wa? ...werden halt überwiegend produziert für PVC. Doch, das BASF, Digga. Beispielsweise für Schläuche, für Böden, aber auch in Blutbeuteln oder so ist der Weichmachergehalt ca. 40% des ganzen Kunststoffartikels. Also auch über Medizinprodukte nehmen wir Weichmacher auf. Jetzt kommt... So, weil du sagst hier nur noch Glas kaufen. Du siehst ja, ist überall vorhanden. Die Weichmacher, die sind chemisch nicht fest im Kunststoff verankert, sondern die sind nur im Kunststoff gelöst. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn sie eben Öl in einem Schwamm aufsaugen. Und das Problem ist, wenn der Weichmacher dann wieder rausdiffundiert aus diesem Kunststoff, dann wird der Kunststoff brüchig. Das kennen Sie, wenn Sie einen alten Kunststoff finden und wenn Sie so einen bröseligen Kunststoff haben. Ich habe neulich meinen Wäschetrockner repariert. An der Hinterseite war so eine Schaumstoffauflage, die war schon ganz bröselig. Also das heißt, der Weichmacher, der ist... Bröselig, man, okay. Free Angle sagt Zahnbürsten, Zahnbürsten auch, ne? Überall ist der Shit vorhanden. ...da schon wieder rausverdunt. Hi Leon, hast du einen Tipp für mich zum Muskeln aufbauen? Trainieren! Wo sind denn diese Weichmacher enthalten? Beispielsweise auch in Lösemittel, in Lacken, in Farben, in Spezialchemie, in Körperpflegemittel, kosmetische Mittel und so weiter. Und auch eben in Pflanzenschutzmittel. Und wir nehmen direkt oder indirekt täglich diese Phtalate auf. Wir kommen also gar nicht... Phtalate? Ja, entweder überbelastete Nahrung, eben aus den Plastikverpackungen. Ja, Digga, der Scheiß ist überall, bruv. Auch über die Luft im Innenraum, ja? Also diese Phtalate, die dunst... Die Luft im Innenraum, äh, bruv. ...aus oder auch über Shampoo, über Körperpflegeprodukte. Zum Glück benutze ich kein Dings mehr, Alter. Ich hab meine Duschgels und Shampoos in Glasbehältern. Keine Chemie mehr, kein Plastik mehr. Da bin ich auf jeden Fall schon am Start. Die meisten Getränke mittlerweile auch aus Glasflaschen. Aber ich bin natürlich nicht 100%. Also hier sind safe Weichmacher dran an dem Kabel hier, an dem Mikrofon, an meinem Stuhl, Digga. Fuck, Zahnbürste, überall ist der Shit. Lotionen, solche Dinge, das ist alles salathaltig. Auch Duftstoffe beispielsweise. Und denken wir mal an die Kinder, die nehmen natürlich Kunststoffgegenstände, Spielzeuge in. Musst du dir auch mal überlegen, wo du überall bewusst sein musst, weißt du? Was alles eigentlich in deinem täglichen Gebrauch, was wir heutzutage als Menschen so benutzen, eigentlich schadstoffbelastet ist so. Und wie viel von dem Shit wir an unseren Körper ranlassen oder selbst konsumieren. Das ist echt eine wilde Geschichte. Eine sehr, 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 sehr wilde Geschichte. Also am liebsten, ja Digga, am liebsten einfach auf einer einsamen Insel, Bruder, gar nichts mehr mit Zivilisation zu tun haben und dann neu gucken, irgendwie neu klarkommen. Weißt du? Ist wahrscheinlich ein Struggle, aber wir Menschen sind auf jeden Fall in der Lage dazu, auch ohne diese ganzen Sachen zu überleben. Aber in der heutigen Welt halt ist das überall vorhanden. Und deswegen, ja, es ist, ja. Und ich habe gestern meine sechsjährige Tochter erwischt, wie sie eine Verpackung in den Mund genommen hat, wo einfach Farbaufdrucke drauf war. Also es lässt sich gar nicht verhindern. Ebenso natürlich viel, viel Weichmacher in Lebensmittelverpackungen. Denken Sie jetzt einfach mal an Obst, das in Plastikschalen verpackt ist, an Dinge wie Fertigsuppen und solche Sachen. Einfach Behältnisse, Flaschen, auch PVC. Digi Ketchup, dies, das, bla, all diese ganzen Sachen. Vinylbäden, Duschvorhänge, was auch immer. Und wie Kurt schon angerissen, auch eben in... Als Kind habe ich auf Kugelschreibern und Luftballons rumgekaut. Safe, same. Bruder, ich fühl dich. Markurt, Markuri. Infusionsschläuchen oder in Infusionsbeutel, solche Dinge. Also die Medizin kommt ohne Weichmacher gar nicht aus. Ich habe mal in Amerika eine Zeit... Medizin ist eh ein Scam. Und habe dort im OP gearbeitet. Dort waren also alle Dinge, das possible, sprich, also man hat den Beatmungsbeutel weggeschmissen, man hat die Beatmungsschläuche weggeschmissen. Das war alles im Prinzip weiches Kunststoffmaterial. Im Nagellack ist auch noch Weichmacher enthalten, in Gummiprodukten, Klebstoffen und so weiter. Also, was ist hier das Problem? Die Giftigkeit, deswegen hat man reagiert. Es gibt also weitaus ungiftigere Weichmacher, mittlerweile biobasierte Citrate heißen die beispielsweise, oder hochmolekulare Phthalate. Man kennt das Problem. Hochmolekulare Phthalate, Phthalate, Digga, Hammer wieder. Also ich lerne hier was, das feiere ich. Man lässt die Bevölkerung hier nicht hängen, aber nun sieht man eben dieses Phänomen. Man lässt die Bevölkerung nicht hängen, okay. Schauen wir uns mal die Toxizität dieses gefundenen Weichmachers an, die Ethylhexylphthalate. Dieser Weichmacher ist als Teratogen eingestuft. Was bedeutet das? Das heißt, er kann Fehlbildungen... Ohne Plastik könnten wir nicht mehr überleben. Meinst du ehrlich? Also ich bin überzeugt davon, dass wir als... Ich meine, wir haben in der Vergangenheit mal ohne Plastik überlebt. Das heißt, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass wir Menschen in der Lage dazu sind, ohne Plastik zu überleben. So, also das kannst du doch uns nicht absprechen, wenn wir das schon mal getan haben in der Vergangenheit. Was meinst du mit Medizin ist ein Scam? Das war extra überspitzt so gesagt, bezogen auf Rockefeller und diese ganze... Medizinunterwanderung von Leuten, die Geld machen wollten. Um das mal kurz runterzubrechen auf den Punkt so. Weißt du, wie ich meine? Dass die Mittel, Heilmittel und Pflanzen quasi aus der Medizin rausgestrichen wurden, um irgendwelche Öltabletten zu verkaufen, die uns im Endeffekt dann auch gesund machen sollen, eigentlich aber nur Symptome bekämpfen und mit denen extrem viel Geld gemacht wird so. Weißt du? Ich glaube, Medizin ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Medizin sollte eigentlich sein, Menschen langfristig ganzheitlich zu heilen. Aber Medizin macht das heutzutage nicht mehr, weil Medizin Geld verdienen möchte. Die Mächte hinter der Medizin wollen, dass Menschen krank bleiben und dass wir in so einem Status zwischen gesund und tot schweben die ganze Zeit, damit wir ja noch Medikamente brauchen, aber ja nicht verrecken, weil wir dann keine Medikamente mehr brauchen. Das ist ein Business geworden. Weißt du? Es ist einfach ein Business geworden. Es geht nicht mehr darum, wirklich Menschen ganzheitlich langfristig zu heilen. Also bei den meisten auf jeden Fall. Gibt es noch Mediziner, die diesen Anspruch haben? Safe. Gibt es auch noch Leute, die vielleicht gar keine Mediziner sind, so wie Dr. Sebi damals zum Beispiel, die auf naturale Art und Weise Menschen heilen. Das sehe ich auch noch als Medizin. Und das ist halt dann kein Scam. Aber diese Mainstream-Medizin heutzutage funktioniert ein bisschen anders. Weißt du? Wenn eine Schwangere beispielsweise damit beaufschlagt ist. Oder er kann eine Frühgeburt machen. Oder er kann auslösen, dass Babys ein niedriges Geburtsgewicht haben. Also schon ein relevantes Problem. Krass. Außerdem diese Weichmachergruppe der Phtalate, das sind die sogenannten endokrinen Disruptoren. Das bedeutet, die können also in geringsten Mengen... Personen und Gratter sagt, was meinst du mit naturaler Art? Also Dr. Sebi zum Beispiel hat Menschen geheilt, indem er die erstmal vier Wochen lang hat fasten lassen. Und der hat Menschen geheilt von unheilbaren Krankheiten wie Aids, Herpes und ganz vielen anderen Geschichten. Und der hat keine Lizenz gehabt zu praktizieren, weil er kein Arzt war. Und den haben die dann verklagt und vorgeladen. Und dann hat er den Prozess aber gewonnen, indem Gutachter seine Patienten überprüft hat, und die Akten überprüft haben und gesehen haben, dass die diese unheilbaren Krankheiten hatten und dann am Ende des Tages geheilt waren. Und dann wurde Dr. Sebi freigesprochen. So, das meine ich damit. ...System stark verändern und können dadurch unsere Gesundheit schädigen, aber auch die... Und er hat das gemacht mit, wie gesagt, basische Ernährung, Fasten, vegan, Kräuter und Pflanzen. Die Gesundheit und der Lebewesen, denken Sie an Fische und so weiter, wenn die im Wasser wohnen, wenn der Urin dann ausgeschieden wird. Also das ist ein riesengroßes Problem. Außerdem können sie eben hormonaktiv werden und Fettleibigkeit auslösen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfruchtbarkeit, auch Diabetes wird diskutiert im Zusammenhang mit diesem Stoff. Und bei Kindern weiß man, dass er die Atemwege schädigen kann. Also dass viele Kinder, die diesen Stoff aufgenommen haben, eben hier asthmatische Beschwerden entwickeln und dass sich auch das Gehirn, die Gehirnentwicklung vom Kind und auch das Verhalten nachgewiesenermaßen negativ beeinträgt. Das ist halt krass, der Gehirnentwicklung und Verhalten, da sind wir jetzt da. Die Aufnahme in den Körper... Das möchte ja hoffentlich keiner für sein Kind. ...erfolgt im Prinzip über mehrere Wege. Einmal über die Haut, einmal über das Einatmen und einmal über den Mund, übers Essen. Das heißt, diese Weichmacher, die können freigesetzt werden, eben in Lebensmitteln, die damit verpackt worden sind, mit Kunststoffverpackungen. Und ganz schlimm wird das Ganze, wenn dann diese Kunststoffe noch erhitzt werden. Denken Sie einfach auch hier an Fertiglebensmittel, die man erhitzt in der Verpackung, warm macht im Ofen oder so irgendetwas. Dann kann es natürlich auch sein, dass wenn Reinigungsmittel damit beaufschlagt sind, wenn dort damit gewaschen wird, beispielsweise, dann wieder von diesem Teller gegessen wird oder was auch immer. Vielleicht ist es auch in Waschmitteln, Wollwaschmitteln und so weiter, enthalten. Krass, der Shit ist überall, stimmt mal ganz im Waschmittel und so. Oh Mann, Alter. Einfach wirklich Kontakt und wir kriegen häufig Kontakt eben auch über die Luft, denn in Innenräumen... Wir sind voll in der Dr. Sebi-Recherche drin. Ich müsste noch mal ein Video über Dr. Sebi machen. Ist Dr. Sebi nicht auf mysteriöse Weise gestorben? Dr. Sebi, genau, der wurde freigesprochen und wurde da an einem Flughafen verhaftet, weil er Bargeld dabei hatte, einen Koffer mit Bargeld und dann wegen Steuer... wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung wurde der verhaftet und auf mysteriöse Art und Weise ist er dann an angeblich einer Lungenentzündung oder so im Knast gestorben, obwohl er vorher eigentlich kerngesund war, weißt du? Also, ja. Werden diese Weichmacher dann ausgedünstet von Stoffen, die diese Weichmacher drinnen haben? Und das ist eben das Problem, dass der Weichmacher nicht direkt im Kunststoff fest... Also, wenn ihr die Punkte... Ich muss noch mal runter... Wenn ihr die Punkte miteinander verbindet, dass zum Beispiel auch so ein Rockefeller die FDA übernommen hat quasi und dass die dann angefangen haben, diese Naturheilkünstler quasi zu verbannen und die Schulen, die über Naturheilkunde lernen, dann quasi auch... Kein Geld mehr zu geben und die, die darum bitten, damit aufzuhören, gebeten haben, damit aufzuhören und die ausbluten lassen haben und so... Wenn dann jemand kommt, der wieder mit Naturheilkunde bewiesenermaßen Menschen von unheilbaren Krankheiten heilen kann, dann ist das natürlich ein Dorn im Auge von diesen Menschen. Da braucht man dann nur eins und eins zusammenziehen, was eventuell möglich sein könnte, warum diese Menschen auf mysteriöse Art und Weise versterben oder verschwinden. Verbaut ist. Da könnte mich auch dann gerne einen miesen, verschwörungsrechten Schwurbler nennen, so, aber ja, so bin ich halt. Wie scheiden wir diesen Stoff und die Weichmacher aus? Eigentlich ist es... Hauts? Was geht da ab? ...super, super kompliziert... ...bisschen... Wo ist das hier? Wie scheiden wir diesen Stoff und die Weichmacher aus? Eigentlich ist es super, super... Der Kleine einfach mies am Strahlen, Digga, geil! Ich brechse ihn dann aber... Strohleinend, man! ...er sehr einfach runter. Es ist ein dreistufiger Prozess. Erstmal kommt der giftige Stoff in die Leber. Die Leber macht diesen Stoff für einen kurzen Augenblick noch giftiger, eine Zehntel Sekunde und packt dann sehr viele Seitenketten an diesen Stoff heran, wodurch dieser Stoff erst mal entgiftet wird. Und in einem dritten Schritt kommen noch mehr kleine Moleküle und dann wird der Stoff wasserlöslich gemacht. Von dort geht der Stoff dann zur Leber. Und das Ganze nennt man Biotransformation der Leber. Der erste Schritt wird durch das Molekül Zytochrom P450 realisiert und die schlechte Nachricht hier ist, dass dieser Schritt genetisch festgelegt ist. Das heißt, wir können nicht viel tun, dass wir diesen ersten Entgiftungsschritt optimieren. Krass. Viel besser und hier kommt unser Superheldenmolekül ins Spiel. Können wir diesen zweiten Schritt beeinflussen? Leberentgiftung ist so eine wichtige Geschichte, Freunde, ja? Damit will ich mich auch mal auseinandersetzen. Die Leber von den meisten Leuten, gerade von Bodybuildern und so, sieht aus wie eine Alkoholleber. Also Leber ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Dieser zweite Schritt wird zum großen Teil eben durch das Molekül Glutadion realisiert. Screenshotted in. Warte mal kurz, Digga, das muss ich mir aufschreiben. Glutadion. Da sind wir doch wieder da, Digga. Ich liebe solche Videos. Dort spielt Schwefel eine große Rolle. Dort spielt die sogenannte Glukuronsäure eine große Rolle. Das heißt, im Wesentlichen bauen diese Moleküle kleinere Seitenketten, kleinere Moleküle, Molekülschnipsel an so einen zu entgiftenden Stoff dran. Und dann kommen weitere Moleküle, damit er entgiftet wird. Und dieser zweite Schritt, das ist so das Nadelöhr bei der Entgiftung. Und wir können sehr, sehr viel dafür tun, dass wir diesen zweiten Schritt eben optimieren. dazu habe ich Ihnen auch einen Link in die Beschreibung gepackt, was Sie tun können. Wie jetzt? Ah, der hat seine eigenen Products am Start, oder was? Nahrungsergänzungsmittel mit Glutadion, Vitamin B12 und Pflanzenstoffen. Ja. Also wie gesagt, er scheint ein sympathischer Dude zu sein. Bis jetzt ist er sehr vertrauenswürdig. Gucke ich mir mal an, auf jeden Fall. Was ist denn da genau drin? Zusammensetzung. L-Glutadion, Brennnesselblatt-Extrakt, geil. Silizium-Dioxid, Brokkoli-Extrakt, Sulfurafan, Vitamin B12. Okay. Okay, interessant, interessant, interessant. Die große Frage ist, wo kommt dieser Stoff jetzt eigentlich plötzlich her? Schreibt euch das auf, meine Jutschen. Es gibt eine Auffälligkeit. Klar, vor der Pandemie war alles in Ordnung. Und in den Jahren 2021, während der Pandemie, haben wir hohe Werte. Und wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir. Ja, die ganzen Leute waren auch nur noch zu Hause. Könnte auch damit zusammenliegen, Digga. Mehr Konsum von Produkten zu Hause, nur noch in Räumen, nicht mehr wirklich viel an der frischen Luft und so dieses Einsperren. Hat bestimmt auch damit was zu beigetragen. Und vielleicht sogar, ey, jetzt habe ich, jetzt hole ich einen raus, Digga. Jetzt hole ich einen raus. Die Masken. Da ist doch safe auch Mikroplastik drin. Diese scheiß Maulkörbe, die sie uns vor das Maul gebunden haben. Oder uns gezwungen haben, sie uns selbst vor das Maul zu binden. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Auch sofort gedacht, das muss ja damit irgendwie zu tun haben. Und wir gehen gleich auf dieses Thema ein. Was können es also sein? Können es die Masken sein, beispielsweise? Ist das so? Ja, wir schauen uns das gleich an. Das ist natürlich ein realistischer Einwand. Aber es können andere Dinge sein, wie Kindershampoo, wie Kosmetikverpackungen der Mutter. Salbe der Mutter. Die Kinder kriegen Kontakt damit. Süßigkeitenverpackungen. Plastikflaschen, die von vielen... Ja, aber das... Warum vor der Pandemie nicht? Firmen benutzt werden. Kann er jetzt sagen, okay, wurde mehr konsumiert, oder was? Also ich denke, man muss hier sehr, 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 sehr open-minded sein, damit man das Ganze sachlich und kühl betrachtet. Open-minded sind wir da, mein Jutscher. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber Thema Impfung hättest du auch nochmal ansprechen können, Digga. Wer weiß, ob das damit nicht eventuell auch sogar zusammenhängt. Messungen werden das auch rausfinden, denke ich. Und wir haben natürlich während der Pandemie mit vielen, vielen Stoffen zu tun gehabt, wo wir vorher gar keinen Kontakt hatten. Desinfektionsmittel, Hygieneartikel. Manche Kinder waren ja durch engagierte Mütter besser desinfiziert als so mancher Operationssaal. Traurig. Ich kann mich auch... Die haben die mit Desinfektionsmittel eingesprüht teilweise. Hier kommt, trink mal ein bisschen Scheiß drauf. Sicher ist sicher. Ich werde eins zu erinnern, wo ich als Fachberater ABC dazugerufen wurde während der Pandemie. Dort gab es ein absolutes Problem. Erstmal, wir hatten natürlich einen Mangel an Masken, aber wir hatten auch einen Mangel an Desinfektionsmittel. Und was war dort passiert? Bayernweit wurden von... Vor der Pandemie war das Problem auch schon. Deus Lama, hast du nicht zugehört? Firma, die eigentlich was ganz was... 60% Anstieg in den Jahren 2020, 2021 hergestellt haben. Die haben dann einfach notfallmäßig Desinfektionsmittel nach einem bestimmten Schema hergestellt, haben die in Plastikkanister verpackt. Aber das Problem war, dass diese Plastikkanister sich dann extrem aufgebläht hatten und dort ein Gas gebildet wurde in diesen Plastikkanistern, was dann zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt hat. Das Ganze hat sich dann als relativ ungiftig herausgestellt, aber eben hat... Es gab eine Reaktion von Herstellungsmaschinen, von Metallspänen während der Herstellung dieses Desinfektionsmittels und das hat dann einfach zu so einer Stoffreaktion geführt. Dann haben wir während der Pandemie natürlich viel Fertigfraß gegessen, viel Fertignahrung, viel Lieferdienste, viel Plastikverpackungen, viel Styroporverpackungen. Dann eine Sache, denke ich, kann man ausschließen, die Impfung, auch wenn es wahrscheinlich hier in den Kommentaren wieder Mordspekulationen gibt. Und... Einfach klar eine Sache zu behalten, diese Gruppe war nicht geimpft, deswegen kann man das von vornherein ausschließen. Meiner Meinung nach... Meinung nach war wichtig noch hinten raus. Hat man denn jetzt irgendwie Hinweise, dass es die Masken... Ich meine, er ist auch ein Doktor, der kann jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit stehen und sagen, ey, die Impfung und so. Ich meine, ist ja klar, der muss ja auch seinen gewissen Regularien folgen und so. Aber ja, ey, kann ja auch sein, dass die Impfung nicht damit zu tun hatte. Könnten. Und hier gibt es eine interessante Untersuchung. Und zwar, ich kann mich auch erinnern, am Anfang war die Maskennot während der Pandemie sehr, 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 sehr groß. Und ich hatte einen guten Freund, der hat einen chinesischen Freund und dieser Freund, der war direkt neben solchen Fabriken, wo eben medizinisches Material hergestellt wurde. Das heißt, wir konnten dann direkt aus China diese Masken importieren. Und da waren auch zwei Maskenarten dabei. Das stankvoll Chemie. ein unglaublicher, also es war unfassbar. Die Masken sind doch sowieso für den Arsch. So. Das ist doch auch schon bewiesen worden. Weißt du, wie ich meine? Dieser kleine Plastikstoff. Das war ja nur ein bildliches Symbol. Das war so, ja, ich halte meine Schnauze mäßig. Weißt du, wie ich meine? Aber dass die wirklich was gebracht haben. Also die Masken haben ja die Leute teilweise mehr krank gemacht, als wenn sie ohne Maske rumgelaufen wären. Allein, dass du gar keine richtige normale Luft mehr einatmest und die ganze Zeit deine eigenen Bakterien ein- und ausatmest. Das kann nicht gesund sein. Weißt du? Man konnte die sich nicht aufsetzen. Jetzt hat man 2021 eine Studie gemacht und die Studie hat eindeutig gezeigt, also man hat wirklich untersucht, verschiedene Masken sind dort Talate drin. Und wie ist es nach fünfstündigem Tragen von diesen Masken? Digger, das kann doch nicht gesund sein. Ich weiß noch, im Flugzeug, oh, das hat mich so abgefuckt. Ich habe mich so gestritten immer mit den Stewardessen und so, weil ich habe das Ding einfach runtergezogen. Packung M&Ms da hingelegt oder irgendwas anderes und jede zehn Minuten ein M&M gegessen und dann gesagt, ich esse gerade. Weißt du, was ich meine? Digi, fliegt man nach Mexiko zwölf Stunden, die Luft ist eh kacke im Flugzeug, finde ich persönlich. Die macht eh so komisch, das ist eine komische trockene Luft, weißt du? Und dann hast du da die Maske noch auf der Fresse. Ey, zwölf Stunden dann. Wirklich zertifizierte Masken untersucht, FFP2-Masken, N95-Masken, das ist das Äquivalente. Ich weiß noch, wo die dann wollten, die doch auch mal im Gym. Die haben doch alles ausprobiert, ne? Die haben ja alles ausprobiert. Die haben gesagt, okay, im Gym Maske dann doch wieder keine Maske. Wenn du von Gerät zu Gerät läufst, Maske anziehen, aber wenn du trainierst, musst du keine, also richtig dumme Scheiße, einfach nur um zu gucken, wie, wie, wie können wir die Menschen wie Hunde züchten quasi so? Wie machen die, also machen die wirklich genau das, was wir denen sagen? Und dann musst du dir vorstellen, sind wir im Gym mit Maske rumgelittet. Stupid as fuck, bro. Und dort hat man gefunden, nein, diese Masken, die dünsten nicht aus, also nach fünfstündigem Tragen ist das alles innerhalb des Toleranzbereiches. Jetzt sollte man auch dran denken, viele Masken kamen eben unzertifiziert nach Europa, einfach ungefiltert, es wurde alles zusammengekauft, was irgendwie machbar war, also hier könnten theoretisch Chargen dabei sein, ich denke, das Ganze, wenn sie noch nicht verbrannt sind, diese Masken und immer noch irgendwo lagern, wäre interessant, das mal zu untersuchen. Andererseits wurden Masken natürlich auch, ich sage mal, missbraucht, es gab einen Maskenmangel und ich habe teilweise auch FFP2-Masken bis zu sieben bis vierzehn Tage tragen müssen, weil es einfach keine gab. Andererseits, Kinder waren von Masken und deswegen meine persönliche Einschätzung, ich denke, Nee, waren die nicht, Digga, in der Schule, mussten die machen, wie jetzt, die mussten im Klassensaal mit Abstand und Maske sitzen. Nicht, dass es die Masken waren, ich denke auch nicht, dass es Desinfektionsmittel waren, dafür passt einfach die Zielgruppe der Kleinkinder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier um Lebensmittelverpackungen geht, im großen Stile, also dass ein Hersteller eventuell hier Mist gebaut hat und dass eine Lebensmittelverpackung Nestle betroffen ist, die häufig verwendet wird, vielleicht eine Wasserflasche, was auch immer. Jedenfalls, ich bin... Ja, aber das erklärt jetzt nicht, warum es in der Pandemie so angestiegen ist, mein Jutscher Selz. Also, wie gesagt, ich denke schon, dass das irgendwie mit Masken zusammenhängt und mit dem, dass wir halt eingesperrt wurden und die ganze Zeit zu Hause rumgehangen sind und nicht mehr wirklich viel frische Luft hatten oder nicht mehr gleich viel frische Luft wie davor. Davon überzeugt, dass es sich um eine orale Aufnahme handelt, dieses Giftstoffes, weil eben die Werte so explodiert sind und ich bin auch zuversichtlich, dass man diese Nuss definitiv knackt. Es wird jetzt ganz hoch gespielt auf EU-Ebene, da werden jetzt Spezialanalysen gefahren und da gibt es auch kein Zurück mehr. Dieser Schalter ist schon mal umgelegt und ich bin wirklich aufs Ergebnis gespannt. Bitte teilen Sie dieses Video. Ich küsse deine Zirbeldrüse, war ein interessantes Video. Hauts? War ein sehr interessantes Video auf jeden Fall. Ich gucke so Videos gerne über Gesundheit von Ärzten, über irgendwelche neuen Geschichten. Weichmacher im Urin habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ist jetzt auch ein Thema, was man definitiv auch mal ein bisschen mehr bewusst auf dem Schirm haben kann und mal gucken kann, wie kann man das so wenig wie möglich konsumieren. Würde ich auch euch ans Herz legen. die meisten von den Dingen, die wir hier im Stream reingezogen haben, auch gerade von Ärzten und so, was Gesundheit angeht, habe ich wirklich auch umgesetzt. Und ja, dazu will ich euch auch anregen, dass wir da gemeinsam einfach gucken, dass wir gesündere Menschen werden am Ende des Tages. Ich liebe euch, passt auf euch auf, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, eure Gedanken in die Kommentare wie immer. Peace out, Gang.